Ich bin jetzt hier auf dem jeden Tag nochmal, direkt haben das Eutelsattel hier und so, da kann man, die bauen jetzt schon alle ab und jetzt habe ich die Idee, weil ich da drin war und vom entschieden Steve Jobs erzählt habe, Wild Boys als Requiem und so, aber noch besser ist es ja mit der, mit der Beate Use, das ist mir gleich gekommen, komm gleich, warte mal, warte mal, warte mal, komm gleich, das ist mir gleich gekommen, wegen Steve Jobs, die haben doch gerade jetzt Wild Boys gespielt, ich habe keine Ahnung, nicht, das liegt an Wild Boys und jetzt habe ich mir gedacht, das würde er genau für Steve Jobs als Requiem passen, das war ja so, als Abschied, aber noch besser ist das iPhone und Beate Use, weil die hätte bestimmt ein iPhone gebaut mit Wasser und Fibration, Beate Use hätte bestimmt ein iPhone mit Fibration und Wasser.